Hey nochmal, Chef ist gerade. Nebenkommens in das Loch gesprungen. Was? Ich bin gar kein... Wer hat das gecoacht? Schon wieder... Ich hoffe, es gibt Payback-Time. Für Caruso, den kleinen Schlingel. Was war das? Was war das? Was war das? Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich muss die Musik wieder anmachen. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für eine Tasks hier? Das passiert aber zu oft, ich finde meine Maus schon wieder nicht. Shit. Ich hasse das wirklich. Warum geht denn keiner nicht? Ihr seid mir alle entgegengekommen. Wen hast du denn noch gesehen so? Hast du Franz gesehen zufällig? Ich habe gerade leider nicht drauf geachtet, weil ich meine Maus schon wieder verloren habe auf dem Match. Fuckin Sabine. Max, ich bin im Office. Parzi war jetzt im Weapons gewesen. Ich will jetzt... Ich habe Flest gesehen, glaube ich. Wo liegt der Knäsch? In Lab reinlaufen, da waren aber noch zwei andere. Gleiche liegt in Lab. In Lab? Okay. Oh, Parzi, hast du den gerade gemacht? Wer ist die Person in der Natur? Ich. Was habe ich gerade gemacht? Wer hat ich gesagt? Image. Damit du fällst raus für den Kill. Thank you very much. Wo liegt die Leiche? Liegt in Lab? Die muss aber also... Ich laufe nach links. Knecht, die liegt tot da. Ich laufe runter zum Admin-Table. Chef und Karose kommen mir entgegen. Ja. Ich gucke auf O2, sehe zwei Leute Electrical. Können beide den Kill gemacht, haben und rüber gewendet sein. Ich sehe eine Person in Coms. Ein bisschen schwieriger. Könnte theoretisch aber auch gewendet sein. Ist aber unwahrscheinlich. Ganz kurz, kannst du nochmal neu anfangen? Ich war das versprochen. Ich war aber nur ganz kurz. Du hast gesagt, du hast auf O2 geguckt und du hast gesagt, du warst auf dem Mad-Base-Scanner. Du liegst jetzt, die Leiche liegt in Lab und du kamst jetzt gerade rein, um sie zu retorten. Nö, ich habe genau alles richtig gesagt. Du bist quasi wieder an der Leiche vorbeigelaufen und bist zum Admin-Table. Ja. War auf dem Mad-Base-Scanner. Knecht, die liegt tot da. Ich denke mir, ich hole mir kurz Info. Geh zum Admin-Table. Kann jetzt Timmit ausschließen. Wie soll der so schnell, während ich auf dem Scanner stehe, bis nach O2-Runden kommen? Der kann den Kill nicht gemacht haben. Safe raus. Chef und Caruso könnten beide gewendet haben. Haben auf der Lifeline wahrscheinlich auch gesehen, dass der Kill gefallen ist. Sind aber nie in Slap gelaufen. Sprich, die beiden sind schon mal Sus für mich für den Kill. Eine Person Coms, zwei Personen Electrical, eine Person O2. Das ist Timmit, fällt raus. Beide Electrical-Leute könnten gewendet haben. Die gehen auch mit rein in den Kreis der Verdächtigen. Vor allem, weil das Licht ja nicht angemacht wurde, ne? Ja, ich bin nämlich zum Licht gelaufen. Ihr seid alle in Slap reingelaufen und ich frage mich, was ist da los? Und dann bin ich wieder hochgelaufen, um zu reporten. Das Licht habe ich angemacht. Also Coms war Max, ne? Ja. Chantau kam dann dazu und Sabine kam dazu. Sabine, du bist ja auch oben links zu der Fuel-Task gelaufen, während das Licht gerade ausging. Da haben wir uns kurz vorher noch gesehen. Ich bin ja nur kurz reingedippt in Coms, aber das wird ja nicht mehr gewesen sein, wo du da warst. Weil sonst war auch keiner hier. Chantau, nope. Also den Kill würde ich nur ausschließen. Also Tim mit Harlow schließen und Max ist unwahrscheinlich, denke ich. Aber er könnte theoretisch kurz sein. Parzival war ein Weapons, als das Licht ausging. Ja, Chantau kurz davor auch. Der Kill ist übrigens so 35, 40 Sekunden alt. Dann kann ich niemanden rausgehen. Ah, wenn er so alt ist. Ja, ich war auf dem Mad-Base-Scanner. Bin dann gleich vorbei, zum anderen Mal wieder hoch in der Reportage. Er muss sowas von sterben. Der hat ja so gut einfach die Scheiße einfach rausgehauen. Ich kann es gerade nicht fassen. What the fuck? Hätt ich nicht. Baby, 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 wir stellen hier die Temperatur ein. Danke für deine 6,66 Euro. Wenn ich Karuso kille, ist es nämlich so, dass Vles weiß, dass ich es war. Scheiße, ich hätte keinen Fall. Scheiße, ich hätte keinen Fall. Bab-Bab. Bab-Bab-Bab. Bab-Bab-Bub-Bub. Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be-Be. Das ist krank. Das ist krank. Ich kann. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann einfach nicht. Tim tänzelt um den rum. Tim tänzelt um den rum. Tim gibt ihn nicht, aber es ist... Es geht nicht. Es ist Unmachbarkeit, jemanden zu killen. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Wie die alle da rumlaufen, Alter. Was ist das mit euch? Was ist das mit euch? Tja, das tut mir echt leid. Ja, Vles hättest du es einfach nicht abhauen sollen. Oh mein Gott. Was ist hier gerade passiert? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fade Double Kill ist von Chef und Sabine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Chef ist. Der ist gerade neben Coms ins Loch gesprungen. Ich habe es kommen sehen. Wir waren so viele in der Lifeline. Vles, Chef, Sabine und ich. Vles geht aus. Und dann kam der Instinct der Kill auf Vlesk. Es ist entweder... Es gibt zwei Optionen. Es ist entweder ein Accidental Kill. Oder dann ist es halt Sabine oder Chef. Oder was ich denke, was deutlich wahrscheinlicher ist, ist es ein versuchter Double Kill, den ich jetzt da vereitelt habe mit R-Spam. Ähm, das hört sich mal eine interessante Story für mich an. Das hört sich eher für mich nach Self-Report an. Äh, habt ihr Chef gesehen? Kill Vlesk neben euch? Warte mal. Ich hab... Habt ihr Chef oben gesehen? Vor Elektro-Kill gerade? Nee, jetzt bei Lifeline. Chef ist nicht bei Elektro-Kill. Ich hab Chef und Vlesk zusammen in Links Office reingehen sehen, weil ich bin unten gerade am Wasserrad. Ja genau, ich war auf dem Weg Richtung Lifeline. Ich find's nur ein bisschen komisch, weil die Lights jetzt gerade ausgegangen sind, dass Max mich gesehen hat, dass ich angeblich jemand getötet habe oder dass wir jemand getötet haben. Ja, aber ich hab nämlich... Ich hab gar nichts gesehen. Der hat aber nur Leute wuseln gesehen und dann hat jemand reportet. Dann ist auf jeden Fall der Failed Double Kill. Wo liegt denn Vlesk? Also ich würde eher Max voten dafür, dass er direkt den Double Kill gemacht hat. Äh, Double Kill, den sag ich grad. Den Self-Report. Den Failed Double Kill zu callen und mich dann ausworten zu lassen. Aber warum sollten wir so ein Stack Dings machen? Chef ist gerade nebenkommst in das Loch gesprungen. Weil's ein super Double Kill ist. Wenn ihr schnell genug seid und mich killt, dann habt ihr halt einfach zwei Kills geholt. Hey nochmal, Chef ist gerade nebenkommst in das Loch gesprungen. Was? Ich bin in gar kein... Wer hat das gecallt? Schon wieder. Franz. Wer hat das gecallt? Franz. Ich bin in gar kein Loch gesprungen. What the fuck? Hä? Caruso, was sagst du? Was ist das für Calls? Ich bin in kein Loch gesprungen. Aber du hättest es machen können. Du hast gewündet, Caruso. Ey. Hä? Ich bin in kein Loch gesprungen. Was ist das? Ist das so eine YouTube-Troll-Runde oder so? Okay. Also ich hab Max gewartet. I don't know. Wer hat das jetzt gerade gecallt? Chef hat auch mitgevortet. Das passt schon. Fuck. Warum tut's da wieder nicht instant killen? Das war doch klar, dass wieder Double Killen. Fuck. Sie muss doch nur Max killen. Franz von links. Ich glaube, ich glaube, nur noch der hat mit links hin. Oh, warum tötet sie nicht einfach? Ich verstehe sowas nicht. Das ist doch klar, dass wieder Double Killen zu zweitesten Poster dastehen. Jawohl, GG. Ich hab gewonnen. Ey, aber wenn's Sabine jetzt ist, dann ist es halt... Wir können nicht immer einfach nur Uga, Uga, Max sagt, Voto 2 raus. Ich denke schon. Ich denke, das ist genau der richtige Weg. Alter, ich hasse Max ab heute. Oh, Schäpp. Aber wer, aber warum, welcher, welcher Dude spammt denn da bitte Report? Ich muss kurz Pause machen und sagen, dass das einfach irgendwie ballert. Ich weiß nicht.